Wir grüßen euch mit großer Freude, das Schweigen hat ein Ende heute. Markus I. und Steffi II. heißen wir und stehen hier stolz. Als euer neues Gimor war, begleiten wir euch das kommende Jahr. Ein paar Dinge aus unserem Leben wollen wir euch nun zum Besten geben. Im Fasching bin ich auf die Welt gekommen. Meine Mama hat mich zu jedem Zug mitgenommen. Ich bin ein echtes Hetzfelder Mädchen. Ich dagegen komm nicht aus dem Städtchen. Aus der Sanderstraße stamm ich raus. Das Feiern hab ich dort gelernt, schon von klein auf. In der KJG haben wir uns kennengelernt. Und weil die Stadt war so weit entfernt, hab ich ihn mit nach Hetzfeld genommen. Und von da ist er dann nimmer weggekommen. Auf der Arbeit ist er halt von früh bis spät. Die Barsche in der Gegend gern zum Basteln geht. Der Bastelkreis, Kleidermarkt oder Pfarrfest. Das Organisieren ist genau ihr Ding. Im Fitnessstudio, ihr das Gimor oft antrefft, da macht er sich fit fürs Containergeschäft. Wir sind gesellig, gehen gerne auf Feste. Doch unsere Kinder, die sind das Beste. Sind beide dem Fasching schon lange treu. Im Spielmannszug und bei den Junioren sind sie dabei. Wir haben uns etwas ausgedacht und euch ein Motto mitgebracht. Wir entsorgen eure Sorgen. Es zählt das heute, nicht das morgen. Jetzt wollen wir feiern und fröhlich sein. Lassen die Freude ins Herz hinein. Herzfeld, hello!